Die Hände? Metalltröpfchen Schleimtropfen Talismanetin, Schwermetall Das geht Das geht, erstaunlich geringe Kosten Chinesen, Multikracher Geistesblitz Potenzialkosten, 50% Chance auf kritische Treffer Dreifacher Drescher Der Geistesvorschütte Hand und garantiert ihr beim nächsten Schlag einen kritischen Treffer Drescher Blitzschneller Schlag Blitzschneller Schlag Er ist ein bisschen schlecht geworden an der Installation Plus 1 wenigstens Ja Messer? Fenriszzahn? Bringt alles nix Zauberstäbe? Nee Der würde was aber, da fehlt mir die Engelsglocke Starb des Weisens Fälschen Klauen Rüstungen Schilde Metallschleimschild Da fehlt mir großer Knochen fehlt mir da Aber das brauche ich ja nicht Aber Rüstungen Rüstungen Könnte ich zwei, jetzt kann ich eine herstellen Tja der Göttin, oh das sollte man mal herstellen Ein Rüstungen Reif der Träger Ein Rüstungen Reif der Träger Vor allem zuvor den Totschildgang Gehört zum Set der Seligen Jep, das machen wir Ein Rüstungen through eher Thrones Okay Und Das war's für heute. Ah, Mist. Mist, da hab ich verhauen. Blitzschneller-Schlag. Einmal drüber gehen und darüber war's schon. Rüstung beschmieden. Kleidung. Heiligenkleid. Da fehlt mir ne weiße Perle. Schade. Das Paradekostüm, da fehlt mir der Liebestrank. Den müsste hier wahrscheinlich, wo ich den herkriege. Karnevalsteadames. Da fehlt mir auch der Liebestrank. Die Chance daran gehen, zu dem Zauber zu wirken. Naja, da fehlt mir noch ne Menge, Menge mehr ins Zeug. Naja, zumindest ein bisschen was konnten wir. Verschiedenes, äh, Ausrüstung, Hendrik. Sirena. Ja, die sind ein bisschen, aber dafür stärkt der Rest ordentlich gut an. Ich hab das Schwert und das Tiara. Ja, hab ich tatsächlich nicht gemacht. Teleportation. Eschenburg. Eschenburg, Eschenburg, Nö. Das alte Schlachtfeld, da können wir hin. Ich hätte auch noch eine Antike gekonnt, finden wir gerade einen. Aber egal. Das hier ist... Gehen wir in die Zonen, warte ist glaube ich das Bessere. Die Jungs sind jetzt noch ein gutes Stück laufen wieder. Ein Engel. Das Schwert ist nicht nur um die Barriere zu schönen. Nein. Ich lass die lieber ganz. Geh ja nicht dahin. Geh ja nicht. Geh ja nicht. Was ist das Problem? Wo ist das Problem? Am Anfang? Am Anfang! Wie ist das Problem? Was hat dein Problem? Ich bin mir hier ein Problem. Widerstand in die Mitte des Spiels? Dich habe ich mich mit den Kumpelschland erreicht. Ich bin super hier! Ich bin bin total thinks, wie ich dieses Problem anbelangt habe. So, das ist es. Es ist Zeit, um zu gehen und zu retten uns zu retten. Das ist ein dunkler Stern, was soll denn der sein? Mordigan's Domain, we must be on our guard. Look out! What in the... You eluded my blade. Of course, I would expect no less from the vanquishes of my fellow spectral sentries. I am Indigmus, gatekeeper of the Fortress of Fear. Lumine! You have done well to make it this far. An impressive feat indeed for a mere human. But this is where your story ends. You shall not meet my master. You shall die like books at his door! Oh, no! Fähigkeiten-Zauber... Schützen ist Schwert... Fähigkeiten... Schützen ist Schwert... Die einen... Die einen Entferdenden Durchauschnechtigkeit... Das können wir mal probieren... Ah, Mist... Awww... Du bist dran? Fähigkeiten, Schattenschritt. 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 Das muss ich selber. Oh! Yes! Sehr schön! Oh! Sehr gut! The great Sylvanda grows even greater! Yeah! Sehr schön! Oh, der Kampf war gerade irgendwie konzentrationslastig. Sehr schön! Nein, wollen wir nicht. Oh! How? How could mere humans defeat the mighty indignis? Is this the power of the luminary? But it matters not. No matter how hard you fight, this world belongs to the lord of shadows. What is done cannot be undone. Time past is lost forever! Talons holt sich die blaue Kugel. The lord of shadows awaits within. Onward. Hm. Hear me, Jesper. The fate that has bound us together for so long ends here. Today. Okay. So, guck mal. Oh, das ist ja erst mal speichert. Interessant. Ich nutze gerade mal den Punkt auch, wenn ich hier schon speichere, dass ich mich da erstmal verabschiede. Den Rest sehen wir ein andern Mal. Ich sag vielen Dank für's Zuschauen. Ich hoffe es hat echt Spaß gemacht. Und. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Jaja. Vielen Dank für's Zuschauen nochmal. Und tschü tschü. Bis zum nächsten Mal. Jaja. Monsters walk the land once more. Erdrea is under threat. Are we gonna stand around here all night or are we gonna take action, huh? I'm game if you are. Let's hit the road, partner.